Ich bin in der FDP, weil ich Liberaler bin. Nicht alle in meiner Familie haben die Diktaturen des 20. Jahrhunderts überlebt und der Liberalismus ist ein antizotalitäres Gegenprogramm. Freiheit in Verantwortung, das ist der Quellcode für ein selbstbestimmtes und tolerantes Zusammenleben und es ist der Quellcode für die Ideen und Innovationen, für die nachhaltige Transformation, die wir jetzt so dringend brauchen. Ich will, dass meine Kinder einmal in einem friedlichen, weil freiheitlichen Europa leben können. Dafür engagiere ich mich mit der FDP und hoffentlich bald auch mit dir und mit Ihnen.